Mit 46 Punkten ist also unser psychologisches Level immer noch in der Angstzone und somit immer noch in der Unsicherheit, wie der Markt weiter vorgeht. Kein Wunder, wenn man einen Blick auf Evergrande setzt, der ist nämlich mit Schuld, dass gerade der Nikkei-Index ins Minus rutschte. Die asiatischen Märkte allgemein ein bisschen nervös sind vor der Entscheidung am 30. September betreffend dem Shutdown vor dem Repräsentantenhaus, respektive die Republikaner und eben die Demokraten sind sich da noch uneinig. Wird es da zu einer Einigung kommen, ja oder nein? Kann das natürlich nochmals ein bisschen beflügeln, sollte man eine Einigung finden. Ansonsten könnte es nochmal ein bisschen rot werden auf den Märkten. Was heisst ein bisschen rot, das wird dann richtig spannend. Ja und kaum ist eben Evergrande im August wieder in den Handel eingetreten. Zum Thema Aktien ist es jetzt schon wieder vorbei. Jetzt aktuell auch der Gründer Hui Kajan steht nun auch unter Polizeiaufsicht. Man ist da immer noch ein bisschen unsicher. Es ist natürlich wieder so ein Punkt, wo man denkt, wo geht da die Reise nun mal wieder hin. Wir wissen, über 300 Milliarden Schulden hat das Unternehmen aktuell in den Staaten mit Kapitel 15 im Insolvenzantrag. Das heisst, die Reorganisation hat Zeit, man kann die Gläubiger irgendwie befriedigen, indem man gewisse Abzahlungsakten macht. Aber nichtsdestotrotz sehr schlechte Neuigkeiten. Auch hier weiterhin, die Lage sieht alles andere als optimal aus. Dann bis zu 38% teurer. So stark haben Markenhersteller ihre Preise erhöht. Und ich bin eigentlich jetzt nicht der, der sagt, ja, das sind schon richtige Kapitalisten. Man muss eins wissen, wenn man als Marke auch heute irgendwo im Einzelhandel gelistet werden möchte, bezahlt man in erster Linie. Man bezahlt entweder Werbegelder, die eigentlich nicht mal zwingend als Werbung betrachtet wird, denn oftmals machen Coca-Cola und Co. ihre eigenen Werbespots, sondern man zahlt auch eben eigentlich Eintrittsgebühren. Man bezahlt dafür auch variabel über den Abverkauf. Man bezahlt teilweise noch andere Kosten. Man muss ein Retourenrecht geben. Man gibt zu 100% Retourenrecht. Die Ware ist abgelaufen. Ihr könnt es nicht mehr verkaufen. Nehmen wir es halt wieder zurück. Ja, und das sind alles so versteckte Kosten, die man natürlich nicht sieht. Und vor allem jetzt in der aktuellen Lage, wo die Absätze relativ nach unten fallen, hat hier natürlich der Hersteller noch mal mehr Risiko. Jetzt sitzt die Frage, ist es nur das? Natürlich nicht. Es kommt dazu natürlich auch, dass die Lieferketten teurer wurden. Die Strompreise wurden teurer. Die ganze Produktionskosten wurden natürlich teurer. Und hier sehen wir, allein von halb Jahr 2019 bis 2023 sehen wir einen Anstieg. Alleine bei PepsiCo von 137,9. Ein wahnsinniger Betrag. Nestle auch 118. Muss ich ehrlich sagen, hätte ich bei Nestle sogar noch ein bisschen höher erwartet. Aber eben, man sieht, das sind so die grossen Konzerne auf der Welt, die da schon interessante Kurven zeigen. Wie sieht es denn aus mit dem Abverkauf? Hier sieht man, dass der Abverkauf bei gewissen, zum Beispiel Henkel, sehr, sehr runtergefallen ist. Unter anderem, wir machen ja sehr viele Sachen, Klopapier ist wahrscheinlich der höchste Begriff bei den meisten Leuten. Aber wir sehen, dass da schon auch der Abverkauf weniger ist, auch für den Index, wenn man denkt, was die Erwartungen da teilweise sind. Ich persönlich, auch in der IT-Industrie ist es auch sehr interessant, zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel HP. Dann haben die gesehen, okay, du hast dieses Jahr 100'000 Notebooks verkauft. Ja, jetzt erwarten wir, dass du nächstes Jahr 105% verkaufst. Die schauen oftmals nicht mal auf die Konjunkturlage oder auf die wirtschaftliche Lage, sondern sie setzen sich eigentlich einfach immer eigene Ziele. Sehr ungesund für die Umwelt, das eine und das andere natürlich auch nicht immer förderlich für den Vertrieb. Aber nichtsdestotrotz sieht man steigende Gewinne trotz Krise. Naja, so massive Gewinne sind es aktuell auch nicht, wenn man es ein bisschen anschaut. Aber zwischen 6-7% Henkel natürlich 41%, weniger als im Vorjahr, 95,9% auch da hier unter dem Schnitt. Wer natürlich oben rausgeht, ist natürlich dann Mendelez. Das ist aber, Entschuldigung, Aufergebnis vom EBIT, der Konsumgüter. Wenn man da noch mal in der Grafik weitergeht, wird es noch einmal interessanter, denn hier sieht man eigentlich die EBIT-Marge im Vergleich. Und die ist tatsächlich viel, viel tiefer. Und das sind eben die Gründe, wo ich vorher gesagt habe, nämlich die Gierflation. Die ist sowieso falsch anzuschauen, dass man das auf der Herstellerseite anschaut. Die Gierflation findet tatsächlich immer im Einzelhandel statt. Denn der kommt natürlich und sagt, ja, die Preise sind ja wieder gesunken, ich erwarte jetzt auch wieder bessere Einkaufspreise, damit wir natürlich unserem Volk günstigere Preise anbieten können. Das findet dann aber in der Regel eben auch nicht statt. Im Gegenteil, die Preise bleiben dann Langzeit nach oben. Sie holen da eigentlich die Inflation, also die Gierflation. Und da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, denn oftmals wird immer alles auf die Hersteller gedrückt, aber tatsächlich ist es der Einzelhandel, der auch in Krisen sehr stark profitiert. Er hat immer weniger Risiko, trägt immer weniger bei zum Abverkauf selbst. Das kommt auch noch dazu. Die anderen machen natürlich jetzt vor allem eben so grosse Unternehmen wie Nestle & Co., die machen natürlich ihre grossen Werbespots. Die laufen in TVs, Werbungen in Printmedien und Online-Bereichen. Das sind oftmals eben die Hersteller, die eben auch diese Kosten haben. Aus diesem Grund muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt aber noch eine versteckte Inflation und da ist tatsächlich dann wieder der Hersteller mit Schuld. Denn der kommt dann und sagt, ja okay, man muss auch hier wieder sagen, der Drucker kommt wieder vom Einzelhandel, aber der sagt, okay, du willst eine Ketchupflasche für Einkaufspreis einen Euro, dann machen wir die eine. Statt 250 Milliliter hast du halt nur noch 200 Milliliter. Die Flasche sieht optisch plus minus sogar gleich aus. Die gehört jetzt dir für einen Euro. Der Einzelhandel verkauft das natürlich dann gleich teuer weiter und das ist dann eben die versteckte Inflation. Die kommt dann wieder von der Seite des Herstellers. Das ist nochmal so ein kleiner Gedankenanstoss für euch, auch wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht, ist und bleibt natürlich immer wieder sehr interessant. Gary Gensler war gestern, wie ich es gestern auch angekündigt habe, vor dem Finanzausschuss. Er wurde natürlich jetzt, ich würde mal sagen, 80% wurde er natürlich bombardiert mit Sachen, die gar nichts mit dem Krypto zu tun hatten. Aber man hat natürlich auch das Thema XRP angesprochen, da hat er keine Antwort dazu gegeben. Man hat gesagt, das ist alles beim Gericht, das Gericht entscheidet am Endeffekt und so weiter und so fort. Aber das Thema Bitcoin und Krypto war schon auch hier wieder ein ganz klares Thema. Also auf der einen Seite hat er gesagt, ja, ich verstehe den Ansatz, dass ihr so schnell wie möglich diesen Krypto-Bereich geöffnet haben wollt von der SEC. Das aktuelle Problem sei, dass sehr viele Unternehmen ihre Vermischung so darstellen, dass es nicht durchsichtig oder nicht transparent ist. Und ich will hier auch nochmal sagen, Binance kommt auch hin und sagt, wir haben auditiert, wir haben dieses Asset, das ist sicher über 104%, über 110%, aber die Auditoren sind interne. Wie viel Vertrauen und Glauben wollt ihr dem denn schenken? Ich verstehe Gary Gensler mit ganz vielen verschiedenen Ansätzen sehr gut. Er will das Vermögen des einzelnen Menschen schützen, ist auch die Aufgabe der SEC. Sie. Es gibt aber Bereiche, wo ich ihn gar nicht verstehe, weil ich sage, nun gut, ihr habt ja eure regulatorischen Faktoren, die ihr ganz klar auferlegt habt. Coinbase. Ganz hart wurden die getroffen, die haben wirklich alles umgesetzt, was sie wollten, immer gleich mit sofort Massnahmen. Arbeitet doch mit zu einem Exchange zusammen. Und baut die dementsprechend auf. Natürlich kann man sagen, ja, Wettbewerbsvorteile, ja gut, dann macht das halt mit allen gleich. Sitzt mit allen an einem Tisch, macht Workshops, Brainstorming. Er arbeitet ein Konzept aus, das akzeptabel ist. Und dann ist meiner Meinung nach da auch keine Hürde in Sicht. Man kann nicht immer kommen und alles in die gleiche Schublade schieben. Das ist meine Meinung. Das geht nun mal einfach nicht. Und die Frage ist natürlich eben auch da, will man wirklich einem Blackrock unterstellen, dass der das nicht im Griff hat? Wirklich? ARK Invest? 21 Shares? Ehrlich? Wollt ihr das wirklich tun? Und da muss ich sagen, da bin ich auch auf der Seite von den Republikanern, weil die wollen ja unbedingt hier mal die Türen geöffnet haben. Das Problem aber jetzt mittlerweile, und das habe ich in diesem Bericht ein bisschen erkannt, sind auch nicht die Republikaner, es sind tatsächlich einflussreiche Demokraten. Die stehen geschlossen hinter Gary Gensler. Und nochmal, einflussreiche. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, auch zu diesem Thema, wenn es natürlich um ETFs geht. Vor allem bei Bitcoin ETFs. Er bestätigt aber nochmals, und das hoffe ich nochmal, dass es hier eine ganz klare positive Wendung gibt bei Bitcoin ETFs. Gary Gensler sagt, Bitcoin ist und bleibt kein Wertpapier. Das ist positiv. Das ist sehr positiv, diese Aussage. Ob es dann reicht oder nicht, wir werden es sehen. Wie gesagt, und da wurde ich gestern noch gefragt, ich habe gesagt, Jay, es wurde ja jetzt auf Januar verschoben mit ARK Invest-Antrag. Das hat aber Gary Gensler ganz klar gesagt. Er hat gesagt, Leute, wenn der Shutdown kommt, dann sind von unseren 5000 Mitarbeitern noch vielleicht 100 hier. Vielleicht kommen noch 100 unbezahlte Arbeiten, was ich nicht abverlangen kann. Aber vielleicht kommen noch mal 100. Wir sind immer noch unterbesetzt. Wir würden diese Fristen niemals einhalten können. Unter anderem nicht nur im Kryptobereich. Es geht auch an andere Bereiche, wo sie die Fristen nicht einhalten können. Und da hat er jetzt auch ganz klar gesagt, dass das für uns die grösste Schwierigkeit ist, eben hier eine Entscheidung treffen zu können. Wenn das natürlich nicht passiert, kann natürlich die SEC heute bis zu diesem, bis zu einen ETF, weil der erfüllt all diese regulatorischen Bedenken, die wir eben geäussert haben. Also das ist schon machbar. Von dem her gesehen muss es nicht bis zum 21. Januar, glaube ich, oder 24. Januar gehen, sondern es kann auch schon davor passieren. Ganz wichtig, dass ihr das auf jeden Fall versteht. Ja, und die Optionen stehen wieder mal an, liebe Damen und Herren. Und das passt mal wieder perfekt auf das aktuelle Datum. Ja, der SP500 ist tatsächlich aktuell auf dem 110-tägigen Tief. Ist da dementsprechend. Aber auch da muss man vorsichtig sein. Nicht, dass die Leute kommen und sagen, ich schorte in den SP500. Da gibt es dann schon noch das eine oder andere dazu zu sprechen. Ja, aktuell muss man sagen, findet man so ein bisschen zwischen den 26.000 und 27.000 Dollar Range. Da würden tatsächlich die Putts mit 170 Millionen Dollar hier in die Gewinnrunde reinreisen. Bei 27 oder ab 27 bis 27,5 kann es nochmal sehr interessant werden. Sogar bei 28, da hätten natürlich die Bullischen Calls dann 85 Millionen. Aber zwischen 27 und 27,5 gibt es ein Gleichstand sozusagen. Plus, Minus ein Gleichstand. So geht es man also wieder mit Händel, schüttelt nach Hause und sagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Diese Optionen haben leicht einen Einfluss. Die sind auch nicht gerade enorm stark aufgestellt. Aber eins hat man nicht vergessen. Das Volumen ist und bleibt weiterhin tief. Und nicht die Entscheidung, was jetzt hier passiert. Denn das ist in der Regel im Markt schon eingespriesen. Sondern die neuen Positionierungen der Wetten nach dieser Bekanntgabe. Das wird dann wieder spannend, weil da werden natürlich die Orderbooks wieder gefüllt. Und da bin ich mal gespannt, wie dort die Reise aussehen wird. So, und jetzt würde ich sagen, wir gehen ab in die Chartanalyse und schauen uns dort Bitcoin etwas genauer an. Das ist nochmal SP500. Den wollen wir nicht schauen. Wir schauen uns Swiss-Iphirium an. Auch ganz wichtig. Denn das ist nämlich sehr, sehr interessant. Wir sind, wie ich damals gesagt habe, wir haben eine obere Grenze an der Trendlinie. Und hier hätte es natürlich auch zu einem Kreuz-Widerstandsbruch kommen können. Also man hätte natürlich einen Kurven ausbrechen können. Aber das 0,5 bei 16,32 und aktuell Trendlinie bei 16,11 war unsere Ablehnung. Wir sind hier abgelehnt und sind direkt wieder nach unten gebrettet. Was man jetzt machen muss, ganz klar, ist, wir zeichnen uns das komplette Szenario hier neu ein. Das heisst, auch das 0,5, alles wird neu positioniert. Denn wir haben zuerst das untere Target abgeholt und dann das obere. Übergeordnet haben wir immer noch hier. Das können wir noch stehen lassen. Aber das und das untere haben wir abgeholt. So, und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, okay, wo könnten wir als nächstes hingehen? Dann gehen wir wieder mit der nächsten Sequenz, mit der grossen Sequenz, die wir hier hatten, zu diesem Higher High, gehen runter zum Lower Low, ziehen wieder hoch zum Higher High. Da habe ich noch, Moment, meine Vorlage drin. Wir brauchen die J-Wave-Technik. Voila. Hier wäre also dann unser bärischer Anlauf. Hier müssen wir hier nochmal die Farbe nochmal ein bisschen anpassen, dass wenn die Vorlage nicht abgedatet wird. Das müsste ich dringend mal wieder anpassen, dann würde das natürlich auch passen. Aber nichtsdestotrotz haben wir das gleich gemacht. Könnt ihr auch gerne mal die Levels ein bisschen mitnehmen. So, also bärisches 0,5er aktuell, interessant, da sind wir sogar schon fast wieder runtergekommen, ist bei 15,81. Aktuell bärisches Target liegt bei 15,60 bis 15,42. Untergeordnet, das wäre dann noch ein bisschen tiefer. Jetzt haben wir ein bisschen filetierter, als wir es damals haben. Wir nähern uns den Szenarien wieder an. Aber wir haben immer noch bei 15,00 den höchsten, besser gesagt den Stärksupport. Bei 15,50 ebenfalls. Auch hier gibt es bei der Hitmap nochmal einen relativ starken Support. Ja, Ausbruch nach oben noch nicht erfolgt. Somit ein Rücksetzer hier nochmals auf das 0,5er wäre möglich, bevor man nach oben kommt. Müssen wir dann nochmal anschauen. Wie sieht es aus mit einem bullischen Szenario? Ein bisschen schlecht für uns, weil wir hier ein bisschen angenagt sind, sozusagen. Das bedeutet, wir haben hier einen relativ schnellen Rücklauf gehabt. Das ist nicht gut bei der J-Wave-Technik, das will ich gleich vorab sagen. Aber da wir knapp bei diesem 0,5er hier unten waren, können wir es nehmen. Es kann aber sein, dass es nicht so treffsicher ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber das bullische 0,5er wäre dann bei 16,18. Erstes Target bei 16,32 bis 16,43. Und dann hätten wir jetzt hier das übergeordnete nächste Target bei 17,00 bis 17,10. So, was in die Richtung. So, irgendwie stockt bei mir das Tradingview. Warum auch immer, müssen wir halt damit arbeiten. So, das zu Ethereum. Aktuell müssen wir sehr gut darauf achten, wie sieht es aus. Also, wir sind hier noch nicht in die Closed Zone reingekommen. Somit kann der bullische Arm nochmal nach oben greifen oder verlängern. Wir haben in der kurzfristigen MSED hier wieder einen kleinen Pick an bullischer Stärke bekommen. Wir sind noch nicht auf der bullischen Seite. Hier bei der langfristigen MSED, somit auch hier, hätten wir nochmal ein bisschen Luft, um nach oben zu kommen. Könnte also hier zu einer Ablehnung kommen. Dann fallen wir tiefer wieder in dieses Target hinein. Werden wir das durchbrechen, dann holen wir dieses Target. Also, dieses goldene 0,5er hier, das ist ein ganz, ganz wichtiger Part für uns. Bei Bitcoin. Ja, haben wir ebenfalls unser Target abgeholt. Also, ihr seht, meine Technik funktioniert doch sehr, sehr zuverlässig. Auch hier würde ich sagen, wir machen das Ganze neu. Wir bauen das neu auf, nehmen das hier weg. Auch das hier nehmen wir weg. So, die Liquidity-Levels haben wir weiterhin von der Hitmap heraus. Das nehmen wir kurz runter. Das können wir wegnehmen. Hier oben kann ich das nochmal mitnehmen. Wir haben in der aktuellen Phase, das kann ich nochmal aussehen, das kann man jederzeit noch dazu nehmen, haben wir immer noch eine Konsolidierung. Also, eigentlich jetzt, mittlerweile, haben wir auch hier nochmals eine Konsolidierungsphase, die wir sehen. Also, wir sehen ein kleineres Falling Wedge in der grösseren Anordnung. Somit, hier kommen wir hoch, runter, wieder ein Attachment. Und jetzt kann es hier zu einer Konsolidierungsphase kommen. Diese Konsolidierungsphase kann sehr interessant sein, denn auch hier brauchen wir natürlich die Kraft nach oben. Aber auch hier prüfen wir als allererstes jetzt in dieser Sequenz, wo könnten wir nochmal tiefer fallen. Was wäre das Target? Da haben wir den ersten Anlauf, wäre auf 25.800 Dollar, bis und mit 25.500. Untergeordnet dann hier in dem Bereich, das wäre bei 24.000 bis 24.000 Dollar. Aktuell schwimmen wir bei 26.430 Dollar plus minus herum. Und das wäre jetzt unser erster Anlauf. Das bärische 0,5, hier hat Bitcoin das übrigens perfekt getroffen, weil wir hatten es hier auf diesem High genommen. Da kamen wir nochmal runter, direkt auf das 0,5 und sind nach oben gebounced. Was positiv ist, das ist wirklich positiv. Auch die RSI hier unten, wir sind hier nicht in einer Close-Zone, wir sind erst im Mittelfeld. Pole Position hat also wirklich die Chance, nach unten wie auch nach oben zu gehen. Tut mir leid, wenn ich das sage, aber das ist bei der RSI immer sehr wichtig. Wenn es im Mittelfeld ist, muss man da immer von beidem ausgehen. Wenn man die aktuellen MICDs anschaut, muss man sagen, wir haben vielleicht noch ein bisschen Schwung, es will noch ein bisschen Luft oder besser gesagt Volumen, was uns natürlich nochmal helfen könnte. Aber das wäre aktuell so ein bisschen der Bereich, das nehmen wir weg, das brauchen wir nicht. So sieht es nämlich schon sehr viel besser aus. Dann haben wir natürlich zusätzlich nochmal etwas ganz anderes und zwar brauchen wir hier vom Lower Low zum Higher High und gehen hier runter zum Lower Low. Das hat sich jetzt ein wenig weiter nach oben geschoben, das Bullshit-Target. Würde ich sagen, könnte man jetzt so nochmal stehen lassen. Wir machen aber gleich noch etwas Zusätzliches. Wir nehmen noch das kleinere Time-Frame mit, weil das ebenfalls sehr interessant und spannend sein kann. So ungefähr. Wir nehmen jetzt nämlich noch diesen Bereich hier. Der wäre nämlich sehr interessant, den nochmal abzuwägen. Das heisst, wir gehen hier vom Lower Low hoch. Wir nehmen das hier sogar, weil das schon wieder eine Sequenz war. Wir nehmen diese Sequenz, gehen hoch, gehen runter, aufs 0,5er und schauen, wie wir da holen. Wir haben tatsächlich irgendwie leicht angeknackt. Jetzt habe ich es gerade falsch gemacht. So. Von diesem Lower Low gehen hoch zum Higher High. Ziehen es wieder runter, aufs 0,5er. Da sind wir nämlich gelandet und sehen jetzt das untergeordnete Bereich. Also auch sehr interessant für die kleinere Wellenbewegung. Die kleinere Wellenbewegung. Und dann nehmen wir nämlich jetzt mal nur das hier mit. Das. Und wir haben hier oben den kleineren Bereich. Wir machen die farblich ein bisschen anders, dass man das unterscheiden kann. Ich würde mal sagen, wir nehmen diese Farbe. Dann sehen wir, das ist für das kleinere, für die Unterstufe. Das müsst ihr verstehen. Das ist die kleinere Sequenz. Das bedeutet, wir könnten hier durch die Trendlinie, die wir uns aufgestellt haben, hätten wir natürlich hier nochmal die Chance, an die obere Trendlinie heranzukommen. Die obere Trendlinie bewegt sich aktuell von 26,8 bis 26,650 plus minus. Hier bereich. Wir haben darunter auch das bullische 0,5er. Da haben wir natürlich jetzt theoretisch zwei. Muss man natürlich ehrlicherweise sagen. Jetzt habe ich hier irgendwas gemacht, was ich nicht machen wollte. Hier. Wir nehmen das 0,5er hier hoch. Und zwar auf den oberen Bereich. Also für das grössere Szenario nehmen wir dieses, wäre bei 26,500. Da wäre jetzt interessant, lauter Hitmap, wie es da aussieht. Ich habe aktuell jedoch gerade ein bisschen ein Problem mit meinem Chrome-Browser. Deshalb kann ich da jetzt gar nicht rein. Aber wenn ich das habe, poste ich die Levels nochmal kurz in die Telegram-Gruppe, dass ihr da auch nochmal safe die safe seid. So, und so sind wir auch gut vorbereitet. Nochmal, Falling Wedge ist ein bullisches Pattern. Müsst ihr also eher nach oben gehen. Worst case, sollten wir brechen nach unten, müsst ihr euch mit eurem Risk Management hier bis 24,000 Dollar absichern in der ersten Phase. Und ansonsten geht es natürlich hoch. Für die Weitsicht, und das ist nochmal wichtig, wo stehen wir drin? Wir haben immer noch hier dieses grosse Rising Wedge gehabt, ausgebrochen. Dann sind wir in ein grösseres Falling, wo wir jetzt noch ein kleines drin bauen. Aber das Rising Wedge Target ist und bleibt bei 22,000 Dollar. Das haben wir noch nicht abgearbeitet. Es kann also immer noch hier runterfallen. Dann haben wir hier zwei Double Button, die ich euch empfehle, entweder für Lucky Punch, für Hodler oder eben für euer Risk Management vorzubereiten. Ansonsten ist eigentlich alles passiert, was wir erwartet haben. Da schauen wir uns jetzt an. Denkt daran, 30. wird ein spannender Tag. Wir haben morgen Optionen, 29. Dann werden die neu belegt. Dann haben wir das ganze Thema mit dem Shutdown. Das könnte nochmal ein bisschen crazy werden auf den Märkten. Es könnte sogar einen Schub geben für Bitcoin, kurzfristig, weil viele werden wahrscheinlich aus dem Dollar heraus flüchten und müssen in ein Asset. Das wird ziemlich sicher Gold, Silber und unter anderem eben auch Bitcoin sein. Aber das ist immer die Frage der Zeit. Dann kann es sein, dass nach zwei, drei Tagen Shutdown alles wieder vorbei ist und alles kehrt wieder zurück. Also man muss jetzt hier aktuell ein bisschen vorsichtig sein. Spannende Zeit jedoch zum Traden. Gebt mir auch gerne mal euren Kommentar dazu. Seid ihr aktuell eher auf Long- oder auf der Short-Seite? Was ist die Begründung? Und was ist euer absolutes Worst-Case-Szenario? Das würde mich wundern, schreibt es unten rein. Ich bin Raal, sage Tschüss aus der Schweiz. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Ich bin Raal, sage Tschüss aus der Schweiz.